Ambi Deluxe. Moments for a living. Das ist der AmbiClean Flüssigentkalker in der großen Flasche 750ml, biologisch abbaubar, hat einen roten Farbindikator, damit man sieht, ob noch genug Entkalkungskraft vorhanden ist und so kann man die Dosiermenge ganz gut anpassen. Der Flüssigentkalker lässt sich universell einsetzen für diverse Kaffeevollautomaten aller Marken, für Wasserkocher, für so ziemlich jedes Gerät, wo irgendwo Wasser durchläuft und Kalk entstehen kann. Ja, wir haben hier den Sicherheitsverschluss oder die sogenannte Kindersicherung. Das heißt, man muss drücken und drehen gleichzeitig. 125ml Entkalker werden gemischt mit 500ml Wasser. Ich habe jetzt mal hier gerade Wasser vorbereitet für einen Wassertank. Das sind ungefähr 500ml und anhand unserer Skala, hier einmal auf der Seite bei dem kleinen Entkalker oder hier anhand dieser Skala, bei der großen Flasche, können wir dann halt entsprechend abmessen. Und genau, wir brauchen jetzt hier von 250ml ungefähr die Hälfte. Das heißt, wir landen hier bei 125ml, die wir auch hier reinkippen. 125ml auf 500ml. Ja, das passt ungefähr. Das ist circa die Hälfte. Man sieht es. Und das Wasser hat sich jetzt rot gefärbt. Und man muss jetzt hier in dem Fall nicht lange warten. Man kann eigentlich sofort starten und diese Flüssigkeit jetzt im Kaffee-Vollautomaten oder der Kaffeemaschine oder dem Wasserkocher verwenden zum Entkalken. Ansonsten ist der Entkalker universell verwendbar mit allen Marken, biologisch abbaubar. Also es kann dann auch danach ohne Bedenken einfach in den Abfluss... Ambi Deluxe. Moments for a living.